Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Umzug und Aufenthalt in der Stadt Bern Dieses Video informiert Sie zum Thema Umzug und Aufenthalt in der Stadt Bern. Ziehen Sie bald nach Bern oder ziehen Sie aus Bern weg? Übernachten Sie an den Arbeitstagen in Bern. Zieht Ihre Familie aus dem Ausland zu Ihnen nach Bern? Die Einwohnerdienste der Stadt Bern sind bei folgenden Anliegen für Sie da. Adressauskunft sperren Sie möchten nicht, dass Ihre Daten an Private weitergegeben werden? Dann melden Sie sich bei uns. Ausweise bestellen Sie möchten Ausweise bestellen. Dies kann ein Heimatausweis, ein Niederlassungsausweis oder eine Wohnsitzbescheinigung sein. Familiennachzug nach Bern Ihre Familie soll aus dem Ausland nach Bern ziehen. Umzug nach Bern Sie ziehen in die Stadt Bern. Bitte melden Sie uns die neue Adresse. Umzug innerhalb von Bern Sie wohnen in der Stadt Bern. Sie ziehen an eine andere Adresse in der Stadt Bern. Melden Sie uns die neue Adresse. Wegzug aus Bern Sie wohnen in der Stadt Bern. Sie ziehen aus der Stadt Bern weg. Bitte melden Sie uns das. Wochenaufenthalt Sie arbeiten oder studieren in Bern. Sie verbringen Ihre freien Tage an einem anderen Ort. Dann können Sie sich für den Wochenaufenthalt anmelden. Bei diesen Anliegen sind wir gerne persönlich für Sie da. Sie erreichen uns am Schalter des Einwohnerdienstes. Sie erreichen uns auch telefonisch oder per E-Mail einwohnerdienste-at-bern.ch Sie finden diese Informationen sowie unsere Öffnungszeiten in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Sie können auch online einen Beratungstermin buchen. Sie finden den Link dazu unter diesem Video. Für folgende Dienstleistungen ist eine andere Stelle zuständig. Für Umzüge in der Innenstadt oder wenn Sie im Halte- oder Parkverbot stehen möchten, benötigen Sie eine Umzugsbewilligung. Informationen dazu erhalten Sie im Link unter diesem Video, unter der Telefonnummer plus 41313215217 oder per E-Mail paka.bern.ch Alle Informationen finden Sie unter diesem Video. Für Pass- und Identitätskarten ist der Kanton Bern zuständig. Sie erhalten mehr Informationen unter der Telefonnummer plus 41316354000 sowie im Gebärdensprachvideo zum Thema Pass und Idee im Link unter diesem Video. Die Sprecherung Die Sprecherung Die Sprecherung Untertitelung des ZDF, 2020